Wir warten mal kurz. So, also was habe ich gemacht? Wir gucken mal, ob der Günther jetzt reinkommt. Ach, das ist die Maschine, oder? Ach, das ist die Maschine. Ist der Günther schon da? Bekomme leider eine Fehlermeldung. Okay, warte mal. Schade. Ich kann dich auch nicht einladen, ja? Schade, wäre halt Kuh gewesen. Das ist aber richtig, oder? Ja, es ist der gleiche. Ah, schade. Okay, dann die nächsten Wochen. Dann mache ich erstmal alleine weiter. Und dann nächste Woche machen wir weiter. Ja, ich habe schon auf mehr Spiele umgestellt. Da müssen wir leider jetzt erstmal unser eigenes Spiel spielen, ja? So, alles klar. So, herzlich willkommen zurück, Leute. Also, was habe ich gemacht? Ich habe ein paar Pfeilen aufgestellt. Ich habe da hinten Holz voller Lager. Oh, ich will den fangen. Warte mal. Äh, warte mal. Aber ich habe keine Pfeile mehr, ne? Habe ich noch einen Pfeil? Ich habe keinen Pfeil mehr. Scheiße, ich brauche schnell Feuerpfeile. Oh, ich will den haben. Oh, ich brauche Holz. Scheiße. Oh, jetzt fliegt der hier schon mal vorbei. Okay, warte. Wir brauchen Holz. Warte, gut Holz. Okay, das reicht schon. So, pass auf. Wir machen Feuerpfeile. Okay, wir brauchen erstmal drei. Das ist okay. Ich will den haben. Auf dem kann man fliegen. Oh Gott, dauert das lange. Oh Gott, dauert das lange. Arbeite doch mal schneller. Scheiße. Bis dahin ist der schon lange weggeflogen. Ich will den haben. Ich will auf dem fliegen. So kommen wir zu den anderen Inseln. Der Dreierbogen ist sonst top. Ja, ich gucke gleich mal. Ich will nachher auch mit Pfeil und Bogen auf jeden Fall auf die Jagd gehen. Weil es einfacher ist, als das, was ich gemacht habe mit meiner Axt. Das ist mir mittlerweile auch schon bewusst geworden, ja? Der verbrennt so auch, oder? So, ich nehme erstmal die. Okay, warte. So, okay. Und jetzt müssen wir das hier einstellen. Und jetzt haue ich den da runter. Ja! Okay. Jetzt geht er auf Angriff, die Sau. Okay, ich muss erstmal ausweichen. Erstmal wieder reinkommen. Okay. Aua. In your face! Ah! Wo ist denn die Sau? Okay. Okay, ich muss noch mehr Pfeile haben. Okay, die greifen mit ein, aber die dürfen den nicht töten. Scheiße, die dürfen den nicht töten. Das ist ganz schlecht. Die töten den immer. Okay, ich muss da, ich muss da irgendwas machen. Bevor die den umbringen. Halt! Kann ich das nicht stoppen? Warte mal, mit vier, oder? Äh... Zurück in die Box! Oh Gott! Oh Gott! Alter! Okay, vielleicht sollten die es doch machen. Okay, und jetzt? Reicht das nicht schon? Los, bleib drin! Okay, das reicht nicht, oder? Bleib drin! Ja! Ja, wir haben ihn! Wir haben ihn! Ja, nice! Was war das? Ach, das ist ein Bug! Ich habe herausgefunden, der eine hier ist immer hungrig, aber der hat sich in die Wand gebackt. Der ist da in der Wand und ich kriege den da nicht mehr raus. Hier, der backt sich hier irgendwo, der ist hier unter mir. Der hat sich hier irgendwo in die Wand gebackt, die Sau. Der hat hier ganz viel Holz ran geschleppt gestern, aber ich kriege den da nicht mehr raus. Der ist einfach da in der Wand drin. So, ich habe hier, ich habe innen drin, ich muss euch erst mal zeigen, was ich gemacht habe. Schaut mal. Ich habe es hier noch gemütlicher, ich habe hier neue Betten eingebaut. Hier ist ein Tisch, hier gibt es was zu essen. Ah! Und hier oben, hier oben, äh, ist eine Bar. Da ist vor allem der Günther, der sitzt da immer, ja? Der ist Haparwin, den treffen wir da auch ab und zu mal, ja? Die sitzen da ab und zu. Die Kiki habe ich noch nicht gesehen, aber die Kiki könnte hier halt auch wohnen, ne? Das wäre halt eine Möglichkeit. So. Wir müssen jetzt aber erst mal hier in die Box. Und wir brauchen den anderen im Team. Hier den auf jeden Fall. Ich nehme mal, die Kiki brauche ich zum Reiten. Ich nehme die Polzermüllmeister, nee, den Astro nehme ich mal raus. Und ich nehme den mal rein. So, und wie benennen wir den? Äh. Wie soll der mal heißen? Wie sollen wir den nennen? Hat jemand eine Idee? Ich könnte ihn Betty nennen. Wollen wir ihn Betty nennen? Komm, wir nehmen die Betty. Bernd. Okay, dann nennen wir ihn Bernd. Bernd. So, das ist der Bernd. Wir brauchen einen Sattel. Okay, wir brauchen erst einen Sattel. Aber wir nehmen den schon mal mit. Kann ich hier schon einen Sattel kraften? Nee, ich glaube, das muss ich erst freischalten, ne? Technologien. Wo ist der Sattel? Wir müssen halt erst leveln eigentlich, ne? Fellrüstung. Okay, wann kann ich den... Welches Level brauche ich? Alter, Level 15. Okay, das dauert halt noch. Okay, ich würde... Dann müssen wir wahrscheinlich doch erst mal losgehen. Bevor ich weiter ausbaue... Ich wollte nur das Dach noch kurz machen. Warte, wir brauchen Holz. Ich wollte nur das Dach noch kurz hübsch machen. Weil wegen... Äh, ja. Ach, die Waffe ist schon wieder im Arsch. Okay, das bringt mir nix. Ah, scheiße. Immer ist das alles im Arsch. Und wir haben nix. Ah. Oh, das ist wieder da. Das hatte ich gestern noch weggehauen. Das ist aber leider respawnt. Okay. Der Bernd ist jetzt am Start, Submarine. Wie du's wolltest. Boah, das geht ja gar nicht lang. Hier kann ich aber auch die Tiere arbeiten lassen, oder? Das kann ich denen zuweisen, glaube ich. Ich brauche so einen Holzfällerpaal. Dann kann ich das... Was, jetzt sind die alle da drin? Jetzt sind die halt alle in der Wand. Okay, das ist halt uncool, ne? Reparieren. So, okay. Die haben wir repariert. Hier sind noch genug Beeren drin. Ist alles gut. Ich habe hier noch mehr, ne? Aber die brauche ich halt gerade nicht. Du brauchst einen Pflanzenpaal. Ja. Es gibt, glaube ich, auch Holzfällerpaals. Warte mal. Ach so, das muss ich wieder in der Box machen. Einige können auch Holz fällen. Einige haben so ein Holzfäller-Symbol. Warte mal. Die Stämme. Du brauchst, glaube ich, das Stamm-Symbol, oder? Also der kann das? Ich könnte denen halt arbeiten. Aber die anderen haben alle Hunger. Was machen die denn alle? Ich kann die halt nicht füttern. Die sind halt alle in der Wand. Der Günther ist auch in der Wand. Der Günther hat sich in die Wand gebackt. Also ich kann den natürlich, äh... Ich kann den nochmal rumlaufen lassen. Ja, komm, wir machen mal den mit rein. Wie nennen wir den überhaupt? Äh, das ist jetzt mal... Ähm, wen haben wir denn noch? Äh, das ist jetzt... Das ist die Betty. Ja, komm, so. Das ist die Betty. So, dann haben wir hier... Das ist, äh... Ja, pa, da, da, die, da, da, da. Das ist unser Rhythmus. So, das ist unser Rhythmus. Was haben wir hier? Äh, den nehmen wir auch nochmal. Ich finde, der ist so heiß wie der Murski. Ja, das ist der Murski... Murski One. Ja, so, das ist der Murski... Ja, ist gut, oder? Der Submarine. Wo ist eigentlich der gerade? Wo haben wir den Submarine? Ist der tot? Wo ist denn der Submarine? Ach, da oben ist der Submarine. Okay, ich kann auch den Submarine hier arbeiten lassen. Komm, den lassen wir aber auch mitarbeiten, ja? So, wir lassen den Submarine auch mal mitarbeiten. Ach, was mussten wir eigentlich hier noch machen fürs Upgrade? Ach so, das habe ich alles noch nicht. Ne, das machen wir jetzt gerade mal nicht. Den Submarine müssen wir auch mal wieder arbeiten lassen. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Aber die machen... Kann ich das zuweisen? Füttern. Okay, ich kann den halt füttern. Aber die anderen sind halt alle in der Wand. Ich komme an die nicht ran. Das ist ein Bug. Die sind alle da drin. Und ich kann die halt nicht füttern. Oder geht das? Das geht nicht. Ich komme da nicht ran. Ich selbst habe auch Hunger. Aber ich selbst kann ja zum Glück ganz schnell was essen. Ich kann die hier halt auch füttern, ne? Aber das bringt mir halt gerade nichts. Und ich komme da halt... Ich komme da halt nicht hin. Das ist halt bei mir ein Bug. Günther, hast du das auch? Guck mal, die sind halt da an der Wand drin. Die sind halt hier in der Felswand. Ich komme an die nicht ran. Die haben sich hier halt so richtig reingebackt. Oh, der Hirsch! Da hinten ist der Hirsch! Ich darf den... Wir müssen den Hirsch fangen, Leute. Wir brauchen den Hirsch. Ich hatte das nur bei Wilden, die ich töten wollte. Okay. Wir brauchen noch den Dreierbogen. Den müssen wir auch noch machen, bevor wir losgehen. Oh, jetzt rennt der Hirsch schon. Der hat sich von alleine schon erschrocken. Hirschi, bleib doch da! Drecksau. Na, wir holen uns gleich so einen Hirsch. Heute machen wir das. Ich muss das alles noch automatisieren. Das ist wichtig. Aber ich will gleich erstmal, glaube ich, auf die Jagd gehen. Bevor wir wieder bauen. Wir können nachher noch bauen. Wir gehen gleich erstmal jagen. Wir nehmen gleich die Kiki und reiten aus. Das machen wir gleich. Das könnte aber auch mal ein bisschen schneller gehen, ja? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit eigentlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Endlich mal. Endlich mal fertig. So, Leute. Okay. Und mitnehmen. So, davon habe ich halt drei. Holzstein und Fasern. Günther, meinst du den alten Bogen? Oder den Giftbogen? Ein Steinsperr, da sehe ich halt nicht den Sinn. Aber ich könnte. Komm, wir machen das jetzt. Wir holen uns jetzt den Hirsch. Der krebs hier immer noch rum. Oh Gott. Ja, sehr schön. Aua. Sech, Sau. Sehr schön. Oh. Bestepperd. Ich bin... Weg. Okay, sehr gut. Oh, ich habe meine Feinde schon verschossen. Ich habe doch zehn gemacht. Okay, alles klar. Ich brauche Hilfe. Aber nicht töten. Okay, wir brauchen unsere... Ich nehme mal die, ja. Oh Gott, ich sehe nichts. Scheiße. Wo ist er denn? Aua. Das ist mir gerade egal. Okay, der kämpft jetzt gegen die. Das ist gut. Aua. Lässt du meine Drecksau in Ruhe? Kriegst einen am Arsch? Okay, ich brauche halt Feile, ne? Wir brauchen auch mehr Feile. Okay, vorbei. Okay, weg. Weg. Okay, ich bin gleich tot. Ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen. Ich muss die alle in den Kampf holen. Leute, ihr müsst mir helfen. Oh Gott. Ich habe keine Zeit dafür, aber ich muss die haben. So, okay. Das ist noch zu früh. Aber warum habe ich meine Feile schon verschossen? Günther, ich hatte doch noch mehr. Hä? Mache ich irgendwas verkehrt? Der ist tot, oder? Oh nein, die töten ihn gleich. Scheiße. Okay, das war eine ganz schlechte Idee. Ach, Scheiße. Die haben ihn wieder getötet. Das ist der zweite Hirsch. Mit dem habe ich irgendwie kein Glück. Mit dem Hirsch habe ich kein Glück. Ach, Kacke. Ich habe die mitgenommen. Ich habe extra zweimal gedrückt. Ich habe zehn Pfeile gemacht und mitgenommen. Aber die Werkbank ist auch weg. Hä? Meine Werkbank ist weg. Meine. Meine Werkbank ist. Ist meine Werkbank? Die ist auch weg. Äh. Meine Werkbank ist. Ist weg. Ja, okay. Muss ich nicht verstehen. Ich habe die nicht abgebaut. Den Feuerbogen habe ich benutzt. Egal. Wir reparieren erstmal unsere Rüstung. So, die ist wieder heil. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Die sind halt alle weg. Mal, ist egal. Kann ich mich irgendwie heilen? Ich regeneriere mich von alleine, ne? Ich muss was essen. Okay, was wir jetzt machen werden. Ich brauche den normalen Bogen. Und ich brauche normale Pfeile. Und ich brauche sehr viele. Wir müssen uns darauf vorbereiten, damit ich auf Distanz kämpfen kann. Wir werden uns jetzt auf eine Reise vorbereiten, Leute. Wir gehen gleich auf Reise. Ich habe nur den Feuerbogen im Moment. Dieser Hirsch ist mir nicht wohl gesonnen, aktuell. Hast du da schon rausgefunden, was effektiv gegen was ist, Günther? Also ist Flug hier auch gegen Pflanze effektiv oder so? Weil das wäre ja sehr sinnvoll, das dann einzusetzen. Seit wann ist der eigentlich tot da hinten? Habe ich den umgebracht? Ich hoffe nicht. Wir werden jetzt erstmal die Sphären machen. Damit wir gleich mal loskommen. So. Ein paar Steine, aber Steine. Ich bin ehrlich. Dieser Pal ist am Ende. Ja, aber ich kann ja nichts machen, weil der in der Wand gepackt ist. Okay, also du musst da rein. Du musst wieder zu Kräften kommen. Dem Team geht es ja gut. Die schlafen jetzt. Der arbeitet immer noch. Level 6. Ich nehme den Astro mal mit ins Team hier, ja? Der Astro kann immerhin... Ja, der Astro kann arbeiten. So, der Astro kann arbeiten. Glaube schon, dass es normal ist, aber auf jeden Fall Feuer. Ich mache das hier jetzt gleich nochmal, ja? Wir machen hier nochmal... Okay, ich brauche mehr Holz. Ich muss jetzt noch Bäume fällen. So, pass auf. Wir machen mal so. Die haben wir ja gerade repariert. Dann fällen wir jetzt ein paar Bäume. Und dann werde ich jetzt gleich erstmal Pfeile machen. Ich werde einen Bogen bauen. Und dann geht es gleich auf Tour. Wir werden gleich erstmal leveln. Und später nochmal weiterbauen. Aber ich will jetzt erstmal auf Tour. Wir gehen erstmal los. Bei mir ist schon wieder das Problem, dass ich zu viel tragen will und gar nicht so viel tragen kann. Siehst du, da geht es schon wieder los. Ich kann gar nicht so viel tragen, wie ich gern tragen würde. Da haben wir es wieder. Ich kann das erhöhen, aber ich habe keine Punkte mehr. Ich muss als erstes das erhöhen, dass ich mehr tragen kann. Ah, das ist ganz wichtig. So. Jetzt bauen wir uns den Bogen. Ich schleppe zu viel hier rum. Ja, dann muss ich das... Brauche ich gerade nicht. So. Hä? Ich kann... An der Werk... Der Günther ist gerade Bären. Ich kann an der Werkbank... Ach, jetzt geht es. Ey, das war gerade komisch. Wenn du die Katze dabei hast, kannst du 100 mehr schleppen, falls die in deinem Team ist. Welche Katze? Du meinst aber nicht den Fuchs, oder? Katze habe ich noch nicht. normaler Schild brauche ich nicht. Ist Rüstung. Äh, okay. Wir machen einen Giftbogen. Ich mache mal den alten Bogen. Ja, gewöhnlich. Komm. Den machen wir mal. Der Günther kennt einfach schon das ganze Spiel. Kativa. Ja, ich gucke mal. Wir gucken mal, dass wir unseren Paldex weiter erfüllen. Ja, das machen wir gleich mal. So, okay. Sehr gut. Jetzt haben wir den Bogen. Steinsperr. Aber ich brauche mehr Pfeile. Okay. Ach, wir brauchen auch noch wieder ein Bett, sehe ich gerade. Oh, wir sind die ganze Zeit am Bauen. Ich bin nur am Bauen, weil ich nicht vorwärts komme damit. Ah, wir bauen. Wir brauchen schon wieder ein Bett. Okay. Die Pauli gönnt sich erstmal ein Päuschen. Das habe ich ihr gar nicht erlaubt, ehrlich gesagt. Gott sei Dank dauert das gar nicht so lange. Okay, die Kiki ist schon Level 10. Okay, das reicht erstmal. Okay, jetzt habe ich 30 gekriegt. Und wir brauchen wieder Steine. Okay, jetzt müssen wir uns noch Steine holen. Oh, Günther. Der Günther arbeitet im Steinbruch. Das ist gut so. Günther, hast du ein paar Steine für mich? Dankeschön, Günther. Aber ich mache es selbst auch nochmal mit. Der Günther ist im Steinbruch. Wir haben noch keinen Holzfäller. Wir brauchen noch Holzfäller. Okay. Mehr geht schon wieder nicht. So. So. Das Ding ist halt, kann ich den anderen füttern? Nee, der ist schon wieder unterwegs, ne? Der eine ist in der Wand. Ja, der ist halt tot. Hirschi, es tut mir leid, ich wollte das nicht, ja? Ich muss es sagen, wie es ist. Es ist einfach so passiert. Es hat uns überkommen. Und es war keine Absicht. Okay, wir brauchen also die Katze, dass wir mehr tragen können. Wir müssen gleich los. Aber ich muss mich jetzt halt erst vorbereiten. Sonst bin ich halt gleich wieder zu Hause und habe nichts. Okay. Okay, der könnte halt mitarbeiten, ne? Der Lütte. Aber ich mache das jetzt mal selber. Das geht schneller. Der scheint extrem gestresst zu sein. Ja, aber er ist ja schon wieder in der Wand. Oder schläft er hier irgendwo? Da habe ich mir, glaube ich, einen schlechten Platz ausgesucht, weil die sich hier alle in die Felsen backen. Hätte ich vielleicht besser, aber das wusste ich halt vorher nicht, ne? Egal. So, okay. Jetzt haben wir ein paar. Pauline hat das produziert. Hä, die Pauli? Kann ich noch ein Bett bauen? Habe ich noch Material für ein Bett? Nicht genügend Material. Schon wieder Holz. Es fehlt immer an Holz. Hatte ich nicht noch Holz in die Kiste gepackt? Nee, hatte ich nicht. Schade. Aber irgendwo da oben bauen die auch schon wieder Holz ab. Wir gehen mal hoch. Das ist leichter an Holz zu kommen, würde ich behaupten. Günther gönnt sich ein Päuschen. Günther, aber nicht zu lange, ja? Ich brauche deine Arbeitskraft. Okay, das reicht, glaube ich, schon. So, wir brauchen nämlich noch ein Bett hier, damit die alle zufrieden schlafen können. Sonst sind die sauer. Dann kann der eine nämlich nicht pennen. Kann ich das hier noch hinbauen? Es wird eng, oder? Aber es passt doch. So. Warum passt es nicht? Kann ich das dazwischen? Das wäre jetzt lustig, wenn das passt. Nee, das geht auch nicht. Und die Treppe ist halt auch kacke. Dann muss ich es halt hier hinbauen. Komm, kann einer von den Jungs noch hier pennen? Okay, der Günther hat was gegessen. Wir haben ja auch immer was im Futtertrog die ganze Zeit. Und ich würde hier auch nochmal auffüllen. Hier, die würde ich auch nochmal auffüllen. So, die können hier auch noch rein. Die brauche ich nicht. Aber das können wir alles... So. Darum kümmert sich auch gerade keiner drum. Wir müssen unser Team noch einmal bearbeiten, bevor wir losgehen. Ich würde sagen... Was machen die gerade? Guter Läufer, Windschneider. Die machen halt gar nichts. Der Submarine, ich sehe die halt auch gar nicht. Der rennt hier gar nicht rum. Ich würde den Submarine mal austauschen gegen ihn hier, ja? Aber nicht da in die Wand backen. Halt! Äh... Füttern. Mit dem Steak. Ja, der hat gerade gar keinen Hunger. Komm mal mit. Du kannst dich darum kümmern, oder? Der kann auch das hier. So, machen. Okay, der geht jetzt in den Bärengarten. Das ist gut, der kann da arbeiten. So, und wir... ...machen uns jetzt gleich auf die Tour. Ich würde noch ein ganz paar Palsbären machen wollen. Und dann machen wir uns gleich auf den Weg. Okay, das langt schon. Leder und eine Feuerdüse. Okay, nice. So, und jetzt brauchen wir noch Holz. Okay, das reicht. So. Dieser Kapal... Ja, ich kann denen halt nicht helfen, weil die in der Wand sind. Das ist halt ein bisschen Kacke. Ich kriege die halt aus der Wand nicht mehr raus. Wir müssen über lang oder... ...kurz oder lang ein neues Lager nehmen, glaube ich. Weil das eben so nichts bringt. Die sind halt alle in der Wand. Wir müssen über kurz oder lang darüber nachdenken. Beim Handwerk kann mir halt auch keiner helfen gerade. Ich habe keine Handwerk. Ausgehungert. Ja, es ist ja schön. Das heißt, ich muss den gleich auch noch wegholen. Oder ich muss denen halt andere Aufgaben zuweisen, ne? Dann gehen die halt nicht in die Wand da rein. Aber es ist ja auch Early Access. Man darf das nicht so böse nehmen. Es ist Early Access. Muss man sagen, wie es ist. So. Ihr müsst auf jeden Fall gleich einen Handwerker mitbringen, der das hier für uns macht. Damit wir nicht immer hier selbst stehen müssen. Weil das dauert halt ewig. Leicht verletzt auch noch. Was macht ihr denn da drin? Ausgehungert. Ja, die rennen halt alle einfach da. Das ist unfassbar. Unfassbar. Ja, und wie geht es euch so? Habt ihr sonst was zu tun? Ja? Ja. Ja. Ist halt sehr spannend, ne? Ich mach halt Pfeile. Ihr könnt euch das anschauen, wie es geht. Ich hoffe, ihr lernt was. Und ich würde halt Sachen, die ich gerade nicht brauche, erstmal in die Kiste packen. Für später. Für schlechte Zeiten. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Die letzten neun Pfeile werden gemacht. Und dann geht es gleich auch auf Tour. Ich selbst muss gleich auch noch was essen. Ich muss noch so ein schönes Steak essen. Günther, der Pirat, kommt seiner Arbeit nicht nach. Günther, warum nicht? Dann geh doch schlafen, Günther. Okay. So, wir haben die Pfeile. So, alles was wir nicht brauchen, den brauche ich gerade nicht. Eisdüse. Eisminen können wir noch nicht herstellen. Holz nimmt auch so viel weg. Das nehm ich auch erstmal weg. So, das ist auch... Ja... Ja, das brauchen wir auch gerade nicht, oder? So, die kann ich doch bestimmt kombinieren, oder? Ja, das geht auch. So, okay. Und das Erz... Ja, okay. Das nimmt halt so gut wie gar nichts weg. Die nehm ich noch wieder mit. Und pack dafür das Erz weg. Das ist auch schwer. So, dann hab ich nämlich mehr Platz wieder. So, und der kann halt auch noch dazu. So, ich glaub, so ist gut. Okay, wir könnten halt noch Svern machen. Dann machen wir halt jetzt wirklich ne ganz große Tour, ja? Ich sag das ganz oft, dass wir noch was machen können. Und wir kommen nicht los. Wir gehen aber gleich los. Ich versuche gerade so ein Mammut zu legen. Das ganz große... Günther, aber nicht das Riesending, oder? Also, ich würde dir ja gerne helfen, ne? Aber... Okay. Jetzt sammle ich schon wieder. Ob wir wirklich gleich loskommen, Leute? Ich weiß es ja nicht. Ich will halt jetzt leveln. Wir werden jetzt gleich leveln, indem wir nämlich die Dinger fangen. Dieses Level 34 dringen. Ich glaube auch, vielleicht solltest du das nicht sofort anfangen, Günther. Nein, das könnte schwierig werden. Wir machen erst mal die kleineren. Also, Level 11, Level 12. Der Günther arbeitet auch wieder. So. Okay, das haben wir auch. So, jetzt machen wir ihn nochmal. So, du gehst. Du kommst zurück. Ja, da, 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 da schicken wir zurück. Okay, der hat Handwerk. Der Günther arbeitet gerade und ich muss was essen. Oh, habe ich alles aufgefressen. Okay, egal. Wir gießen noch mal kurz. Günther, was hast du denn? Günther, was ist los? Streicheln. Oh, Günther, du bist aber ein Süßer. Ja, Günther, du bist doch mein Schatz. Och, Günther. Hat dem Günther nicht geholfen. Okay, wir holen die Kiki raus. Kiki, komm raus. Kiki, warte. Okay. Okay. Okay, und wir nehmen... Da ist noch so ein Flugding, ne? Kiki, wir reiten los. Wenn du dem Team was kannst du mir... Den Elefanten? Ja, aber ich gehe doch nicht auf den Level 38. Es tut mir leid, den mache ich nicht. Ihr könnt das Viech da. Günther ist krank geworden. So. Okay. 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 Okay, rein da. Oh Gott. Kiki! Los! Kiki! Kiki! Kiki, sehr gut! Huch! Und rein! Hä? Wer hat denn mich noch getroffen? Sehr schön. Oh Gott, der greift mich auch noch an die Sau. Aua. Hä? Fang den doch! Warum fängt er den nicht? Okay. So geht's. So geht's. Sehr schön. Okay, die nehmen wir mit. Okay. Komm Kiki, wir reiten. Okay, das ist ein bisschen buggy, aber alles gut. Oh Gott. Aua. Und rein damit. Okay. Easy. Jetzt ist es soweit, Leute. Oh Gott, das treffe ich nicht. Hä? Los! Oh. Da hat die Kiki aber Schaden. Oh Gott. Lauf! Kiki! Kiki, los! Bam! Oh. Ja, sehr schön. Vorsicht! Okay, alles gut. Alles gut. Und jetzt. Los! Bleib da drin. Ja! Wir haben Hirschi gefangen. Da unten habe ich im Tarm eine Basis gebaut. Ja, wäre vielleicht ganz schlau gewesen, ne? Hätte ich auch machen können. Okay, die Kiki muss ich kurz erstmal regenerieren. Ich könnte halt hier auch noch eine kleine Basis bauen, ne? Wäre halt ganz geil, glaube ich. Pass auf, wir machen das mal kurz. Oh. Oh Gott. Nicht, dass die Kiki noch einen am Arsch kriegt. Oh Gott. Du Sau! Ich reite mir einfach um. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Die arme Kiki. So, komm. Und rein da. Okay, haben wir. Okay, und absteigen. Ich könnte halt hier eine Palbox bauen, oder? Äh, warte kurz. Okay, wir brauchen Holz. Okay, wir brauchen nur ein bisschen Holz. Was macht die Kiki da? Okay. Die Kiki hat alles im Griff. Kiki hast du gut gemacht. Die Kiki hat alles im Griff. Wir können auch hier das Holz einfach einsammeln. Aber wir können halt auch kurz, warte, so. Okay, das reicht schon. Hier backen die sich dann vielleicht auch nicht in die Wand. Pass auf, ich setze die jetzt mitten hier auf dem Acker. Hier backen die sich halt auch dann hoffentlich nicht in die Wand rein. So. Die Kiki ist halt im Weg. Kiki? Okay, Kiki, komm rein. Du bist im Weg. Okay, hier geht's nicht. Es können keine weiteren Lager. Ach, ich kann noch keine weiteren Lager bauen. Okay, schlechte Idee. Geht noch nicht.